Hallo und herzlich willkommen bei Angry Birds Epic. Wir spielen das östliche Kobalt-Platot 3. Das findet ihr, wenn ihr den Schlüssel jetzt gerade bekommen habt, können wir jetzt hinten hier ein paar Schatztruhen öffnen. Und die wollte ich jetzt gerade mal machen, um auch gleichzeitig zum Testen, wie die blauen Vögel denn so sind. Wir schauen mal rein, was wir an die Egnung bekommen. Okay, also es sieht nach einer echt einfache Gruppe aus. Das heißt, wir können mit Materie hier schon mal ein bisschen Grundschaden machen, welche gibt es noch nicht schön. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Vögel machen. Okay, also debuffen und Einzelschaden. Okay. Gut, aber 87 ist jetzt auch nicht so viel von den Vögel. Das werden wir hier auch noch ein bisschen. Und von den zweiten. Dann. Okay, er macht jetzt die zweite. Wir heilen eben ein bisschen, weil wir jetzt nicht ohne Schaden kommen. Und nehmen zumindest mal einen Seck. Okay, er macht seinen Massenentrum. Zack, zack, zack. Das war ja Gott sei Dank harmlos. Recht harmlos. Wir heilen uns wieder ein bisschen hoch. Und schieben auch immer wieder. Ich hätte eigentlich doch einen schwarzen Eer nehmen sollen. So, das nächste, äh... Wieder heilen. Wieder absichern. Und zack. Okay, was haben wir blaue Vögel genäht? Bei einem Schwein betäubt das Schwein, entfernen alle hin. Okay. Den bringt uns eigentlich nicht viel. Deswegen würde ich sagen, gebe ich den sogenannten Mal hin. Und er geht Gott sei Dank auf den richtigen. Dann können wir es nutzen, um hier noch einmal ein bisschen Schaden zu machen. Und eben oben auch nicht mehr. Schaden und Tierschaden. Gut. Heilung. Schild. Schweine. So, Matilde darf auch noch mal heilen. Und vielleicht kriegen wir ihn direkt in der Runde komplett weg. Nein, nicht. Okay. So, Matilde soll ich das sein, damit wir alles noch vollheilen können. Und es sollte langen, dass wir hier die Runde mit Präschaden beenden. Eins, zwei, drei. Holzsand und Vogelfutter. Schön. Das war die erste Runde, östliche Königsplatte. Östliche. Ja. Kobalt-Platte, wo waren es? Nicht Königsplatte. Ich spiele zu viele andere Spiele, das geht gar nicht mehr. Morgen seid ihr die nächste Runde hier bei Angry Birds Epic. Ähm. Dann sollten wir, ja, wir machen vielleicht da noch ein bisschen weiter schauen mal. Oder wir gehen rüber zum Ei. Ich habe mich noch nicht entschieden. Bis dann, ihr werdet es morgen sehen. Viel Spaß. Ciao, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.